Ilias aus dem HTC Team. Servus und herzlich willkommen. Wie angekündigt werde ich euch einmal die Kombination mit dem HTC One und dem Dot View in Kombination auch mit dem Motion Launch zeigen. Und zwar die Handyhüllen sind meistens dazu zum Schutz da. HTC hat sich was cooles einfallen lassen und zwar nicht nur allein zu schützen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal so sieht dann aus. Wenn ich jetzt das Case aufmache, dann geht es mein Display automatisch an. Wenn ich dann zumache, dann geht es automatisch aus. Dann brauche ich das nicht unbedingt extra auszuschalten. Das coole dabei, wenn ich jetzt nur die Uhrzeit schauen möchte oder ob ich irgendwelche Benachrichtigungen da bekommen habe, dann kann ich einmal mit zweimal da drauf tippen. Dann kann ich dadurch einmal zum Beispiel die Uhrzeit schauen oder Wetter App. Aber genauso auch hier unten, falls jemand mich angerufen hat oder die E-Mails Benachrichtigung, SMS Benachrichtigung. Und das ist auf jeden Fall eine coole Option. Falls jemand mich auch anruft, besteht auch die Möglichkeit direkt von mir aus dranzugehen, ohne das Case aufzumachen. Aber genauso auch, wenn ich dann aufliegen möchte, ganz einfach nach unten scrollen und so lege ich einfach aus. Es gibt auch eine coole Kombination. Das ist einmal die siebte Motion Launch. Und zwar, falls jemand mich anruft, ganz einfach das Handy abheben, genauso wie wir vor 30 Jahren gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall eine coole Option noch zusätzlich dazu. Das war es von meiner Seite. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich sehe mich an. Ich sehe mich an. Ich sehe mich an. Vielen Dank.